Wenn es darum geht, wie man mit dem Widerspruch zwischen Leerheit und destruktiven Emotionen umgeht, ist das ein sehr interessanter Punkt. Weil es in gewisser Hinsicht das Schwierigste ist, können wir da vielleicht anfangen. Zuerst einmal, da jemand das Wort Leerheit schon aufgebracht hat, Leerheit ist eine sehr wichtige, man könnte sagen Philosophie oder ein wichtiges Prinzip in den buddhistischen Lehren. Aber ich habe das Gefühl, manchmal wenn man das Wort Leerheit benutzt, Leerheit auf Deutsch, erweckt das einen völlig falschen Eindruck. Denn auf Deutsch hat das Wort Leerheit oder auf Englisch das Wort Emotionen einen nihilistischen Beigeschmack. Wenn man sagen würde, Buddhisten glauben nicht an Gott, aber sie glauben an Leerheit. Dann betrachtet man sie auf jeden Fall als Heiden. Also es ist wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass die Buddhisten nicht an Gott glauben. Sie glauben nicht an das Konzept von Gott. Wie Thomas von Aquin sagte, das Problem an Gott ist, Gott ist das, was Gott nicht ist. Das sagt der Buddhismus. Wir verleugnen nicht die Natur von Gott, sondern das Konzept von Gott. Es ist das Konzept Gottes, das uns daran hindert zu erkennen. Wir müssen vollständig offen sein, durch Gebet, durch Meditation, um die Gnade Gottes zu erlangen, um ihn tatsächlich zu erfahren, direkt. In diesem Zustand des Geistes, der Gnade, der Offenheit, das kann man vielleicht ein bisschen mit Leerheit vergleichen. Leerheit ist in gewisser Hinsicht große Offenheit. Und bevor wir jetzt zum tatsächlichen Wort Leerheit kommen, das ursprüngliche Sanskrit-Wort heißt Shunyata, auf Tibetisch Tongpani. Es gibt eine sehr gute Tibetische, es gibt eine sehr gute Definition dessen, was Leerheit ist, was Tongpani ist. Ich ziehe es vor, beim Wort Tongpani zu bleiben. Die Definition auf Tibetisch heißt Was ist Leerheit? Was ist Tongpani? Tak-Chi-Tang-Dalwa. Also falls Sie das nicht verstanden haben, keine Sorge, das war Tibetisch. Tak heißt beständig, dauerhaft. Che heißt nicht existent, also das Gegenteil. Tak heißt dauerhaft, Che heißt nichts oder nicht existent. Tak-Chi-Tang-Dalwa heißt frei von. Was also Shunyata oder Tongpani ist, oder schlecht übersetzt, Leerheit, ist frei von Beständigkeit und Nicht-Existenz. Verstehen Sie? Denn im Allgemeinen fallen alle philosophischen Sichtweisen in zwei Kategorien, entweder Eternalismus oder Nihilismus. Entweder man glaubt daran, dass etwas permanent existiert oder nicht existiert. Buddhismus geht darüber hinaus. Das nennt man die mittlere Sicht. Um es jetzt einfacher auszudrücken, nehmen wir erst einmal das Erste. Was erstaunlich ist, es kann uns wirklich helfen. Wenn wir das anwenden, das ist ja nicht nur eine Philosophie. Es ist eine Sicht und wenn wir sie wirklich verstehen und einbeziehen, wenn wir es wirklich erkennen, dann gibt es uns eine Einsicht in die Natur der Wirklichkeit. Und wenn wir das auf uns selbst anwenden, ist das äußerst praktisch. Es kann uns helfen, widersprüchliche Emotionen zu überwinden. Wenn man also über Vergänglichkeit spricht, also zum Beispiel, wenn man davon spricht, dass es frei von Dauerhaftigkeit ist. Und das Problem mit uns ist im Allgemeinen, dann nehmen wir mal eine Tasse. Nehmen wir das Beispiel dieser Tasse. Das Problem mit uns ist, es scheint doch so, als würde die Tasse existieren, oder? Das Problem mit uns ist, dass wir meinen, wenn etwas existiert, sei es dauerhaft. In dem Moment, wo etwas existiert, meinen wir, es sei dauerhaft. Als Resultat greifen wir. Aber am Beispiel der Tasse erkennt man, dass sie nicht dauerhaft ist. Man lässt sie fallen, dann ist es vorbei. Dann entsteht Schmerz, Leid. Auch Wissenschaft hat gezeigt, wenn man es untersucht, wenn man es untersucht, ist alles vergänglich. Wissenschaft hat gezeigt, dass es nicht einmal so etwas wie Materie gibt, oder nicht einmal ein Atom. Es ist nur ein Energiefeld. Wenn man die Phänomene wirklich untersucht, wenn man Form untersucht, stellt man fest, dass sie keine inhärente Existenz besitzt. Es gibt keine Tasse, die dauerhaft existieren würde, oder von uranfänglicher Zeit an, oder dass es ewig dauern würde. Dann fragt man sich, wie existiert diese Tasse denn nun? Aufgrund vieler Ursachen und Bedingungen. Vergänglichkeit, also die Tasse ist nicht dauerhaft, sie ist vergänglich, und gegenseitige Abhängigkeit kommen hier zusammen. Denn Heiligkeit sagt immer, wenn man auf einer ganz grundlegenden Basis darüber spricht, was ist die buddhistische Philosophie? Also Philosophie ist das Wort, das man benutzt, wenn man nicht praktiziert. Wenn man praktiziert, nennt man es die Sicht. Was ist die grundlegende buddhistische Philosophie oder Sicht? Dass alles in gegenseitiger Abhängigkeit steht. Nichts ist unabhängig. Alles ist in gegenseitiger Abhängigkeit. Und was ist dann die buddhistische Handlung oder das Verhalten oder Praxis? Die des Nichtverletzens. Das ist Ahimsa oder Gewaltlosigkeit. Nicht verletzen. Keinen Schaden zu tun. Eins inspiriert das andere. Zum Beispiel, um ein Beispiel über die Sicht der gegenseitigen Abhängigkeit zu geben, es ist äußerst praktisch, nicht nur buddhistische Philosophie. Zum Beispiel, wenn wir verletzt sind oder wenn uns etwas oder jemand Schaden zugefügt hat oder wenn die Situation sich zuspitzt oder Leid verursacht oder widersprüchliche Emotionen, dann betrachten wir oft ein spezieller Ursache oder ein Objekt, eine Person als die Ursache. Und dann machen wir dem den Vorwurf. Wir projizieren darauf. Aber das ist eigentlich zu einfach. Wenn man wirklich tief hinschaut, wenn wir voller Leidenschaft sind, über eine Emotion, dann machen wir einem Menschen den Vorwurf. Und wenn dieses Objekt dann sogar noch mehr hervorruft. Aber wenn man wirklich zutiefst hinschaut, gibt es viele Ursachen und Bedingungen. Viele Ursachen und Bedingungen. Manchmal sind auch wir verantwortlich dafür. Wenn wir das erkennen, dann ist dieser spezielle Mensch oder dieses Objekt, den wir vorher den Vorwurf gemacht haben, als denjenigen, der die Lage verschlechtert hat, dann löst sich das langsam auf. Und Vernunft kehrt ein. Diese Sicht gegenseitiger Abhängigkeit hilft uns dann, keinen Schaden zuzufügen. Wenn man das also erkennt, erkennt, dass es viele Ursachen und Bedingungen gibt, dann kann diese Wut, die man auf diesen speziellen Menschen hat, abnehmen. Ich erkläre das jetzt nicht so gut, aber verstehen Sie? Es inspiriert also nicht verletzen. Was ich hier verbinden möchte, ist, dass Vergänglichkeit, gegenseitige Abhängigkeit sehr miteinander in Verbindung stehen. Weil alles in gegenseitiger Abhängigkeit steht, ist es vergänglich. Weil alles vergänglich ist, ist es in gegenseitiger Abhängigkeit. Und auch, weil alles gegenseitig abhängig ist, weil alles vergänglich ist, daher hat alles, was wir sagen, tun oder denken, Konsequenzen. Wenn alles beständig wäre, dann wäre alles vorherbestimmt. Es gibt also Karma, die persönliche Verantwortung, oder wie seine Heiligkeit es nennt, man ist persönlich verantwortlich. Also Karma, Vergänglichkeit, gegenseitige Abhängigkeit, gehen Hand in Hand. Wenn man diese sich gegenseitige Abhängigkeit entwickelt, auf einer grundlegenden Ebene, als grundlegende Sicht, oder Philosophie des Buddhismus, gibt es gegenseitige Abhängigkeit. Ein grundlegendes Verhalten, oder das Handeln ist nicht verletzend. Wenn man das aber weiterentwickelt, dann wird die Sicht der gegenseitigen Abhängigkeit zur Sicht von Shunyata. während das Nicht-Verletzen schrittweise zu Altruismus wird, was allmählich im Mitgefühl erblüht. wie es Altruismus inspiriert ist, weil man erkennt, seine Heiligkeit sagt immer, wenn man selbstsüchtig sein möchte, was man nun mag oder nicht, wir fangen immer mit uns selbst an. Also, wenn wir schon mit uns selbst anfangen, dann machen wir es nicht richtig. Wenn du dich wirklich um dich selbst kümmern möchtest, wenn du wirklich selbstsüchtig sein möchtest, dann sei auf weise Weise selbstsüchtig. Sei nicht auf dumme Weise selbstsüchtig. Weise selbstsüchtig heißt, Wenn du anderen schadest, schadet es dir selbst. Wenn du anderen hilfst, hilft es dir selbst. Nicht einmal von einem altruistischen Standpunkt aus, sondern von einem erleuchteten Standpunkt des Selbstinteresses, also wenn man wirklich intelligent denkt über die eigenen wahren Interessen, langfristig erkennt man, Schaden schadet einem selbst, Helfen hilft einem selbst. Interessanterweise, wenn du erkennst, dass anderen helfen, dir selbst hilft, anderen zu schaden, dir selbst schadet, dann erkennst du, dass interessanterweise, dass andere und wir selbst sehr eng miteinander verbunden sind. Wir sind nicht unabhängig, wir sind in gegenseitiger Abhängigkeit. Unser Glück, unser Leid, hängt vom Glück und Leid anderer ab. Man steht aus dieser Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit anfänglich ein Nichtverletzen. Und allmählich, wenn wir es tiefer verstehen, wie unser Glück und unser Wohlbefinden in Verbindung ist mit dem Glück anderer, entwickelt sich langsam aus dieser Weise selbstsüchtig sein. Wenn man das weiterentwickelt, wird es langsam Altruismus und Mitgefühl. Ist das klar? Wir befinden uns also immer noch bei der Definition von Shunyata, frei von Dauerhaftigkeit und Nicht-Existenz. Es ist gut, das Beispiel dieser Tasse zu benutzen. Wenn man es untersucht, dann erkennt man, das Problem mit uns ist, das habe ich bereits gesagt, und ich werde diesen Punkt wieder und wieder wiederholen. Wissen Sie warum? Weil wir es immer wieder vergessen. Wir vergessen. Wir vergessen sehr leicht. Manchmal meinen wir, okay, das habe ich schon gehört, aber das reicht nicht. Wir müssen uns daran erinnern. Das Problem mit uns ist, dass wir in dem Moment, wo etwas existiert, gleichzeitig meinen, es sei dauerhaft. Es ist wie ein eingefleischtes Programm, eine Gewohnheit, dass wir sofort meinen, etwas sei dauerhaft, wenn es existiert, und wir danach greifen. Weil wir in gewisser Hinsicht glauben, dass etwas existiert, sei dauerhaft, und das ist daher Unabhängigkeit sein, aber wenn man es untersucht, erkennt man, dass das nicht der Fall ist. Es ist tatsächlich vergänglich. Also diese Tasse ist vergänglich. Aber gleichzeitig. Also einerseits ist diese Tasse vergänglich, andererseits erkennt man, dass sie nicht nichts ist. Sie ist ja da. Das trotzt also dem Nihilismus. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr darauf ein, um Sie nicht mit Philosophie zu langweilen, aber um zum Hauptpunkt zu kommen. Wenn man erkennt, dass die Dinge nicht dauerhaft sind, wenn man erkennt, wenn man es untersucht, erkennt, dass alles nicht dauerhaft ist, sondern vergänglich, dann, wie kann einem das helfen? Wie kann man das auf sich selbst anwenden? Wie kann es einem helfen? Man erkennt, dass es unsinnig ist, es zu greifen. Denn wonach man greift, das kann nicht ergriffen werden, weil alles vergänglich ist. Würden Sie Ihr Geld auf eine Bank bringen, die bereits bankrott ist? Wenn Sie das bereits wissen, dann würden Sie es nicht tun. Das wäre doch dumm. Diese Sicht, dass alles vergänglich ist, inspiriert in gewisser Hinsicht nicht Anhaftung. Es befreit uns von den widersprüchenden Emotionen allmählich. Aber das muss wirklich durch Kontemplation getan werden, durch tiefe meditative Analyse. Man muss wirklich zutiefst darüber reflektieren, es untersuchen und erkennen. Wenn man das tut, wenn man ins Leben schaut, dann gibt es so viele Beweise dafür, dass die Tatsache beweist, dass die Dinge nicht dauerhaft sind, sondern vergänglich. Das inspiriert einen, nicht danach zu greifen. Es zeigt einem die Sinnlosigkeit des Greifens. Noch gleichzeitig, obwohl die Dinge nicht dauerhaft sind, sind sie gleichzeitig doch nicht nicht existent. Auf letztendlicher Ebene sind sie leer. Es ist frei von der letztendlich existierenden Einheit einer Tasse, doch auf der relativen Ebene existiert sie. Da inspiriert es eine Verantwortlichkeit. Obwohl letztendlich die Dinge nicht wirklich existieren, sie vergänglich sind, sind sie auf der relativen Ebene doch existent. Daher, was immer wir tun, sagen oder denken, hat Konsequenzen. Daher müssen wir uns ethisch benehmen. Die Sicht, dass die Dinge vergänglich sind, oder frei von Dauerhaftigkeit, befreit uns vom Greifen. Doch gleichzeitig erkennt man, dass es nicht nichts ist, es existiert. Das lässt uns das Gesetz von Ursache und Wirkung, also Karma, respektieren. Und wenn man diese beiden Sichtweisen gleichzeitig gibt, ist eine unglaubliche Weisheit, eine Einsicht, die uns gestattet, die einen sehr tiefgründigen Humor gestattet, und uns Dinge auf tiefgründige Art sehen lässt. Es gibt keine Anhaftung und einen Respekt für das Gesetz von Ursache und Wirkung, von Karma. Wenn wir es also wirklich untersuchen, Sie hatten ja diese Frage, wenn man die Wahrheit der Vergänglichkeit erkennt, befreit uns das von der Lächerlichkeit unserer Emotionen. Also nur um ein Beispiel zu geben, eines Tages oder in einem bestimmten Zeitraum hat man dieses emotionale Trauma durchlebt und hat all diese Geschichten erzeugt. Der Geist kann ja unglaubliche Geschichten erfinden. Unglaubliche Geschichten, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Einfach nur Geschichten. Und nach einigen Wochen wacht man plötzlich davon auf und erkennt und muss darüber einfach lachen, wie lächerlich das eigentlich war. Solche Erfahrungen sind ein Beweis dafür. Und das muss man auch benutzen. Nur allzu oft lernen wir nicht aus unserer Vergangenheit, aus irgendeiner Erfahrung. Aber viele von Ihnen, die ein bisschen vertraut sind mit dem Buddhismus, speziell in der Zen-Tradition, auch in der Mahayana-Tradition, gibt es eines der wichtigsten Lehren, die sogenannte Herz-Sutra oder Prajna-Parameter. Darin gibt es eine sehr berühmte Aussage, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Was das bedeutet ist, wenn man Formen wirklich untersucht, sind sie tatsächlich leer von unabhängig existierender Realität. Doch gleichzeitig ist es nicht einfach nur leer, denn Leerheit erscheint in Form von Form. Form ist die Erscheinung von Leerheit. Leerheit ist die Essenz von Form. Wenn man das auf einer tieferen Ebene erkennt, wie die Dinge auf einer tieferen Ebene leer sind, das heißt, frei von einer unabhängig existierenden Natur, das heißt also frei von Dauerhaftigkeit, wenn man das erkennt, befreit es einen vom Greifen und bringt einem die Sicht. Und dann entsteht daraus ein Verständnis, eine Weisheit. Gleichzeitig erkennt man, dass die Form selbst, auch wenn sie leer ist, sich doch manifestiert auf der relativen Ebene als Tasse, als Form. Dann inspiriert das Mitgefühl. Weisheit und Mitgefühl. Ist das klar? Du verstehst? Das ist wirklich so tiefgehend. Die Lehren des Buddhas sind so unglaublich tiefgehend und so praktisch. Ist auch erstaunlich. Ich glaube, jemand hat etwas über die Dzogchen-Lehren erfragt, oder? Die Dzogchen wird allgemein übersetzt als große Vollendung. Die Lehren der großen Vollendung. Aber das ist eigentlich nicht die exakte Übersetzung. Aber manchmal nennt man es die Lehren der großen Vollendung. Und Dzogchen und Mahamudra wären als die höchsten Lehren der tibetischen Tradition betrachtet. Und in den Dzogchen-Lehren oder in den Dzogchen-Lehren gibt es eine sehr berühmte Redewendung, wie ein Meister, der Türke Ogin Rinpoche, oft sagte, Samsara ist ein Geist nach außen gewandt, sich verlierend in seinen Projektionen. Das ist Samsara. Nirvana ist ein Geist nach innen gewandt, seine eigene Natur erkennt. Und das Problem mit uns ist, wir haben unseren Geist verloren. Wir sind überall mit allem und jedem beschäftigt. Und darum ist es so ermüdend. Wir stecken unsere Nase in alles. Es nimmt uns die Energie, zu denken. Was wir tun müssen, ist den Geist heimbringen. Wie mit einem großen Lasso. Man fängt all die Gedanken ein, bringt sie in sich selbst zurück, löst sie auf in diesen großen Himmel. Man nimmt alle Wolken und löst sie auf in dieser großen Leerheit in gewisser Hinsicht. Das ist Meditation. Den Geist heimbringen. Ein sehr großer Dzogchen-Master des 19. Jahrhunderts namens Khenpo Nakhchung. Er beschrieb Meditation als den Geist heimbringen. Wie einer meiner Meister, Nishikhen Rinpoche, in seinem berühmten Gedicht sagt, das ich immer wieder wiederhole. Es ist so schön, weil es wirklich den Geist der Meditation einfängt. Oder den Geist, wie man Gelassenheit in den Geist bringt. In den Lehren des großen Dzogchen-Meisters Longchenpa. im Lehrzyklus namens Semin Gyalso, wie man Freiheit in den Geist bringt, inspiriert von dieser Belehrung, verfasste Nishikhen Rinpoche dieses Gedicht. Machen Sie sich keine Sorgen um all diese einleitenden Worte, hören Sie einfach das Gedicht an. Lass ruhen, natürlich groß im Frieden, diesen erschöpften Geist, hilflos geschlagen von Karma und neurotischen Gedanken, das unbarmherzige Wüten der tosenden Wellen im unendlichen Ozean von Samsara. Lass ruhen, in natürlich großem Frieden. Was wir brauchen, ist Ruhe. Wirkliche Ruhe. Einen wirklichen Urlaub. Und das hat im Englisch ist Holiday und Holiday sehr verbunden, also ein Urlaub und ein heiliger Tag. Wirklich frei zu sein. Wie es heißt, Tapetenwechsel hilft genauso gut. Wenn man einfach nur das Ambiente des Geistes wechselt, hilft das umso besser. Und wenn man wirklich den Geist ändert, kann es all den Stress entsorgen und all den quälenden Gedanken im Geist. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Das ist mir immer in Erinnerung. Es war in Paris vor einigen Jahren. Wir hatten unser gegenwärtiges Zentrum noch nicht. Und ich habe in einem Saal gelehrt in Nähe des Eiffeltums. Und jemand fuhr mich. Es war einer meiner Schüler, ein junger Franzose mit vielen Emotionen. Er hat sehr viel Hingabe und ist ein sehr guter Mann. Und er fuhr mich und ich konnte sehen, dass er wirklich schlechter Laune war. Er hatte wirklich einen schlechten Tag. Und ich habe ihn gefragt, hast du schlechte Laune? Und er sagte, ja. Ich habe das einfach akzeptiert. Er hatte so schlechte Laune und er hat mich dorthin gefahren. Und ich bin hineingegangen und habe mich hingesetzt. Und dann war ein Sitz für ihn reserviert. Und als ich auch in den Saal kam, dann war dort solch ein Frieden im Raum. Die Menschen saßen dort und ich saß dort einfach auch und dann kam er hinein und er setzte sich hin und ich konnte sehen, in dem Moment, wo er sich einfach hinsetzte, wie das alles von ihm abfiel. All seine Besorgtheit oder seine schlechte Laune fiel von ihm ab. Ich konnte das ganz deutlich sehen. Und er zeigt seine Emotionen im Gesicht. Ich konnte das wirklich buchstäblich sehen, wie das passiert ist. Das war ganz inspirierend. Ich habe ihn auch hinterher gefragt und er hat das auch bestätigt. Manchmal braucht es nur einfach das, einfach den Geist zu lassen. Man kann sich alles verflüchtigen, alles auflösen. Das heißt, wenn man wirklich versteht, den Geist zu lassen beziehungsweise wirklich zu meditieren. Meditation heißt, den Geist zu lassen. Wie ein Meisters ausdrückte, Meditation bedeutet, ist im Raum hängen zu lassen, nirgendwo. Einfach still den Geist lassen. Wenn man den Geist lässt, wird der Geist sich im Geist setzen. Wie eine berühmte Redemindung der großen Meister der Vergangenheit auf Tibetisch lautet. Das ist sehr schön. Tatsächlich hat mir Kallur Rinpoche das gesagt. Dieser große Meister. Vor ungefähr 30 Jahren habe ich das zum ersten Mal von ihm gehört. Das hat mich sehr inspiriert. In diese zwei Zeilen fangen wirklich die Esses der Natur des Geistes ein und wie man dabei verbleibt. Bei der Erkenntnis dessen. Das ist Meditation. Auf Tibetisch? Einige von Ihnen haben das bereits gehört. Wahrscheinlich sind Sie schon müde davon, das wieder und wieder zu hören. Ach, jetzt sagt er das schon wieder. Aber leider hat sich das seitdem nicht geändert. Es ist immer noch dasselbe. Chu Manjok Natang Chu means water. Chu Manjok Natang Chu ist sehr schön, sehr melodisch. Wenn man sich daran erinnert, kann es wirklich das hervorrufen. Das ist zur Erinnerung. Chu Manjok Natang Chu ist Wasser. Manjok heißt, wenn man es nicht aufrührt. Na tang heißt, wenn man das Wasser nicht aufrührt. es nicht auffüllt, dann wird es klar werden. Das ist doch eine Tatsache. Wie seine Heiligkeit der Dadalama sagen würde, das ist doch eine Tatsache. Wenn man das Wasser nicht aufrührt, das ist doch eine Tatsache. Auf gleiche Art und Weise, genau wie Wasser, wenn man es nicht aufrührt, klar werden wird, gleiche Art und Weise ist die Natur des Geistes so, die essentielle Natur des Geistes so gestaltet. Auf der Bibel ist Matchue, wenn man es nicht ändert, wenn man es nicht ändert, wenn man es nicht bewegt und nicht verändert. Matchue heißt unverändert, also natürlich. Nur allzu oft ändern wir unseren Geist, wir manipulieren ihn, wir erzeugen etwas künstlich durch zu viel Denken. Die Wurzelursache all unserer Probleme entsteht aus zu viel Denken. Wenn wir unseren Geist einfach lassen, genau wie Wasser, wenn man es nicht aufrührt, klar werden wird, ist auf gleiche Art und Weise die Natur des Geistes so gestaltet, wenn man den Geist nicht manipuliert oder künstlich etwas hinzufügt, sondern ihn in seiner wahren Natur natürlich lässt, wird er seinen wahren Frieden finden. Ganz einfach lassen, weit und offen. Wenn man in der Lage ist, ihn einfach zu lassen, weit und offen. Diese zwei Zeilen können das inspirieren, aber natürlich, viele von uns, wir sind einfach zu nervös, unser Geist ist zu beschäftigt, wir können nicht einfach nur diese zwei Zeilen hören, Wasser nicht aufrühren, klar, aber es funktioniert für uns nicht. Weil wir zu sehr daran gewöhnt sind, Dinge zu tun. Der Geist ist zu beschäftigt, um einfach so einfach ruhig zu werden. Dann brauchen wir, aber interessanterweise auch, selbst wenn man ganz beschäftigt ist. Ich erinnere mich einmal, vor vielen Jahren, kam ich aus Paris in die Dordogne, wo sich Duchampochi aufhielt, und ich hatte ihn viele Monate lang nicht gesehen. Er gab Belehrung, ich war ein bisschen spät, und hatte es eilig, und kam ins... Mein Geist war Meditation. Und der ganze Sinn von Meditation und spiritueller Praxis ist, über unseren gewöhnlichen Geist hinaus zu gehen, über die Wolken hinaus zu gehen, um die himmelsgleiche Natur unseres Wesens zu erreichen. Doch leider, obwohl eigentlich der Sinn ist, darüber hinaus zu gehen, zum Zustand der Transzendenz, befinden wir uns, dummerweise, im konzeptuellen Geist von Lo, wie es auf die Werte scheißt. Wir befinden uns im dualistischen Geist von Lo. Also Lo ist ein tibetisches Wort, und die Übersetzung heißt konzeptueller Geist, dualistischer Geist. Wir befinden uns im dualistischen Geist. Was wir tun müssen ist, wir müssen geschickt den Geist benutzen, um den Geist zu überwinden. Wir müssen geschickt den Geist benutzen, um den Geist zu überwinden. Und wie? Oder besser gesagt, wieso? Zuerst einmal, es ist sehr wichtig, wenn man erst einmal definiert, was der Geist ist, oder was ist der Geist, was ist die Qualität des Geistes? Die Lehren sagen, die Qualität des Geistes ist zu wissen. Was ist die Qualität des Geistes, oder die Natur des Geistes, zu wissen? Diese Erkenntnisfähigkeit. Aber diese Erkenntnisfähigkeit, oder das Wissen des Geistes, wird vom Ego missbraucht, um zu greifen. Der Punkt ist also, den Geist von seinem Greifen zu befreien, und zu diesem reinen Wissen zurückzukehren, diesem Zustand der Erkenntnisfähigkeit. Das kann man auch klares Licht benutzen. Jemand hat ja danach gefragt. Ist das klar? Daher, im Mitten unseres gewöhnlichen dualistischen Geistes gibt es dieses reine Wissen. Es gibt dieses reine Wissen, aber wir müssen es herausziehen, aus diesem dualistischen Geist. Das ist Meditation. Und in der Meditation gibt es viele verschiedene Methoden, man kann ein Objekt benutzen, wie den Buddha als Objekt der Meditation, oder ein Mantra, was am häufigsten vorkommt, in allen Schulen des Buddhismus, und auch in anderen Disziplinen, ist leicht und achtsam, den Atem zu beobachten. Interessanterweise, auch zum Beispiel im Christentum, wird der Atem mit dem Heiligen Geist in Verbindung gesetzt. Wenn man jetzt über die Dreifaltigkeit spricht, ist der Heilige Geist das Medium. Ich erinnere mich, ein christlicher Mönch hat mir einmal erklärt, und das war sehr hilfreich für mich, er sprach über die Dreifaltigkeit und sagte, wäre der Heilige Geist nicht gewesen, wäre Gott, der Vater, nicht in der Lage gewesen, sich in der Person von Christus zu inkarnieren. Der Heilige Geist ist das Medium. Ist der Prozess vom Absoluten zum Relativen. Im Tibetischen ist das ein bisschen wie Darmakaya, Sambhogakaya, Numanakaya. Darmakaya ist die absolute Ebene. Numanakaya ist eher die manifeste Ebene. Der Übergangskaya ist Sambhogakaya. Ist ein bisschen wie der Heilige Geist. Ein bisschen. Nicht exakt, aber ein bisschen. Es ist etwas Heiliges am Atem. Atem ist auch Leben. Atem steht sehr in Verbindung mit dem Geist. Der Geist hat zwei Aspekte. Es gibt den Klarheitsaspekt und den Bewegungsaspekt des Geistes. Der Aspekt der Bewegung ist in Verbindung mit dem Atem oder Prana. Es ist das, was die diskursiven Gedanken entwickelt. Daher, wenn man den Atem zähmt, zähmt man auch den Geist. Und in dieser Praxis ist das Wichtigste, man fängt erst einmal langsam damit an, indem man leicht achtsam ist auf das Atmen. Wenn man ausatmet, sollte man wissen, dass man ausatmet. Wenn man einatmet, wissen, dass man einatmet. Der Schlüsselpunkt hier ist einfach zu wissen. Einfach zu wissen. Einfach nur achtsam zu sein. Achtsam sein heißt einfach zu wissen. Wenn man ausatmet, zu wissen, man atmet aus. Ich dessen Gewahrsein. Wenn man einatmet, dass man einatmet. Kein anderes Konzept, kein anderer Kommentar. Einfach zu wissen. Was man versucht ist, zum reinen Wissen zurückzukehren. Das ist die Praxis. Man ist einfach achtsam, ohne sich in Geschichten zu verwickeln oder Kommentare und nicht einmal zu sagen, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein. Einfach nur zu wissen. Das ist etwas sehr Kraftvolles. Aber die Meister empfehlen auch, dass man nicht 100% der Achtsamkeit darauf legt, wenn man zu konzentriert wird, wenn man zu fixiert, dann fördert das noch das Greifen. Und das ist ja das Gegenteil dessen, was man erreichen will. Also nur 25% wird auf die Achtsamkeit des Atems gelegt. Aber dann wird man erkennen, dass einfach nur achtsam zu sein nicht ausreicht. Denn man erkennt, nach ein paar Minuten macht man alles Mögliche, bloß nicht den Atem beobachten. Man ist der Star im eigenen Film, spielt Fußball oder wird gerade erleuchtet. Daher braucht man weitere 25% des Gewahrseins. Das ein kontinuierliches Gewahrsein ist, das darauf achtet, dass man achtsam ist. Auf Tibetisch, Shijin. Kontinuierliches Gewahrsein, ein Überwachen. Und das ist auch äußerst hilfreich im Leben. Denn wenn man im Leben einfach nur achtsam ist, wenn man einfach nur etwas tut, ohne sich dessen bewusst zu sein, weiß man gar nicht, was man da macht. Gewahrsein ist also äußerst wichtig. Gewahrsein. Zusammen mit Achtsamkeit. 25% Gewahrsein. Und die übrigen 50% einfach in weiter Offenheit lassen. Aber die Disziplin ist, das ist ganz einfach. Wenn der Geist geht, wenn man abgelenkt ist, wenn der Geist nach Osten geht, man bringt ihn zurück zum Atem. Er geht nach Westen zurück zum Atem, nach Süden zurück. Manchmal, wenn man praktiziert und plötzlich erkennt, dass man abgelenkt ist und sich fragt, wie zum Himmel bin ich jetzt abgelenkt worden, dann ist das auch eine Ablenkung. Also lass dich auf diese Geschichte nicht ein. Bring den Geist einfach zurück zum Atem. Hör dir mich zu. Es versucht dich einfach nur in Versuchung zu bringen, all diese Geschichten. Und wie bist du jetzt abgelenkt worden? Und wenn du dann versuchst, das zu analysieren, ist das auch eine Ablenkung. Komm einfach zurück zum Atem und das vereinfacht den Geist. Allmählich setzt sich der Geist im Geist. Das Erstaunen ist, dass alle zersplitterten Aspekte deiner Selbst dann reinkommen. Wir werden heil. Dann wird man nicht so zerrissen sein. Dann sind Geist und Herz nicht zerrissen. Wir sind nicht überall. Wir sind heil. Ist das klar? Dann wird heil. Und auch die Negativität, der Schmerz, das Leid, all das ist aufgelöst. Darum ist es die höchste Form innerer Abrüstung. Eine wahre Praxis des Friedens. Weil es das Verletzende in uns entfernt. Diese Aggression, die Negativität. und nicht nur das, was enthüllt wird, ist unsere grundlegende Gutheit, unser gutes Herz. Die Güte und das Mitgefühl fangen an, daraus hervorzustrahlen. Also langsam lässt man zuerst einmal den Geist sich setzen, den Geist sich im Geist setzen. Und allmählich, wenn selbst das Ego und seine greifenden Tendenzen sich auflösen, während sie sich auflösen, wird man präsenter. Hier ist auch sehr wichtig zu sagen, dass zu Anfang, wenn wir anfangen zu praktizieren, also im Allgemeinen gibt es im Leben das sogenannte Korsum, den Mechanismus von Samsara. Das heißt, es gibt den Handelnden, das worüber oder mit wem oder was man handelt und die Handlung, also Subjekt, Objekt und Aktivität. Solange man das hat, befindet man sich im Bereich von Samsara. Also zu Anfang, wenn man den Atem beobachtet, obwohl das eine gute Praxis ist, gibt es den Atem als Objekt unserer Meditation, dann gibt es uns selbst und dann das Atmen. Allmählich werden der Atem und das Atmen sich auflösen und zu einem werden. Man wird zum Atem. Es löst sich langsam auf. Man muss nicht länger achtsam sein. Man wird zur Achtsamkeit. Und dann verbleibt man in der Jetzttheit, der reinen Jetzttheit. Aber die Gefahr besteht, das gilt jetzt nicht für diejenigen, die nicht sehr viel praktizieren, da gibt es kein Problem. Aber für diejenigen, die wirklich viel praktizieren, zum Beispiel jene, die Vipassana-Meditation machen oder Zen-Meditation, und wer wirklich viel meditiert, zehn Stunden am Tag sitzen und dann auch noch jahrelang, dann ist manchmal die Tendenz, und davor warnen große Meister wie Longchimpa und andere und auch Meister in letzter Zeit, die wirklich mit Praktizierenden gearbeitet haben, die Vipassana-Praktizierenden und anderen. Sie haben erkannt, wenn man wirklich viel praktiziert, sitzt, sitzt, dann hängt man an der Meditation. Auch selbst wenn das erreicht ist, was die Meditation einem bringen soll, dann hängt man stattdessen, also obwohl der Atmende, das Atmen und der Atem sich in Eins auflösen und man in der Jetztheit ruht, dann bleibt man nicht in dieser Jetztheit. Man benutzt ganz subtil die Jetztheit als subtiles Objekt, und den Geist, der in der Jetztheit ruht, wird zu einem subtilen Subjekt. Es wird also eine subtile Subjekt-Objekt-Dualität, der einen davon abhält, über Samsara hinaus zu gehen. Daher sagen viele große Meister, wie Jijin Rinpoche, in einem sehr berühmten Gedicht, wie er sagt, Meditation, erzeugt vom Geist, künstlich erzeugt vom Intellekt, ist der trügerische Feind. An dem Punkt sagt also ein Sokchenmeister, zerstöre die Meditation, die vom Geist gemacht ist. Natürlich, manchmal verstehen die Leute das nicht, weil Meditation selbst ist ja gut. Aber in dem Moment, um Meditation wirklich zur Vollendung zu bringen, muss man Meditation loslassen und dann in die Offenheit eintreten. Das, was man Vipassana nennt. Das klare Sehen, Langtong, das klare Sehen, der Weisheit, die Ichlosigkeit erkennt. Man tritt dann in diesen Bereich ein. Und speziell im Tibetischen, wenn man über Vipassana spricht, wird Vipassana gleichgesetzt mit der Weisheit, der Weisheit der Transzendenz, der Prajnaparamita. Oder im Sokchen, wird Rikpa manchmal mit Vipassana gleichgesetzt. Das könnte verwirrend sein, denn normalerweise, wenn man über Vipassana-Meditationen spricht, dann ist Vipassana natürlich Vipassana, aber ist basiert auf Shamatha. Wenn man in den tibetischen Belehrungen über Vipassana spricht, dann ist damit gemeint, dass das Greifen und der Ego Geist sich aufgelöst hat. Man ist jenseits gegangen, in den Zustand der Transzendenz. Man ist jenseits der Wolken in die himmelsgleiche Natur des Geistes gelangt. Das ist das Erwachen von Vipassana. Und was hier erblüht, ist Shunyata, Tsongpani, die Erkenntnis der großen Leerheit. In diesem Zustand, man könnte es des klaren Lichtes nennen, im Zustand der Natur des Geistes, im Zustand von Rikpa, dort verweilt man. Denn es gibt nichts zu meditieren. Man ist über die Meditation hinausgegangen, aber man ist gleichzeitig auch nicht abgelenkt. Wenn man abgelenkt ist, dann braucht man Meditation. So, hat man Meditation zur Vollendung gebracht, lässt man die Meditation los. Es gibt vier Stufen in der Meditation, Einsgerichttheit, Einfachheit, Eigengeschmack und Nicht-Meditation. Das ist gemäß des Mahamudra-Ansatzes. Einsgerichttheit bedeutet, wenn unser Geist überall verstreut ist, dass wir ihn sammeln, heimbringen, durch die Shamatha-Praxis des ruhigen Verweilens. Wenn das erreicht, wenn wir dann zur Erfahrung von Vipassana kommen, ist das der Zustand von Einfachheit. Wenn Shamatha und Vipassana dann eins werden, nennt man das Eingeschmack. Wenn man dann zum Zustand der Nicht-Meditation gelangt, überwindet man den Geist. An diesem Punkt erfährt man die letztendliche Natur, Soppa-Chenpo. Und das Erstaunliche ist, wenn man das jetzt auf den Tod beziehen würde, Meditation dieser Art ist äußerst hilfreich, auch zur Vorbereitung auf den Tod. Denn was passiert, wenn wir sterben? Es gibt zwei Prozesse, die ablaufen, wenn wir sterben. Der physische Prozess des Sterbens der Elemente, aber was noch interessanter ist, ist der Prozess des Geistes. Wenn nicht nur unser Körper stirbt, auch unser Geist stirbt. Und die gute Neuigkeit ist, dass unser gewöhnlicher Geist stirbt mit all seinen negativen Emotionen. Tatsächlich sprechen die Lehren von 81 Gedankenzuständen in Verbindung mit Wut, Verlangen, Ignoranz und all das stirbt. Es gibt also einen Moment, in dem man es wirklich loslässt, wirklich sterben lässt und sich dem hingibt. Wenn wir sterben, dann entsteht ein Moment, in dem wir frei sind von all diesen negativen Emotionen. Dann kann eine Art Zauber oder ein Moment entstehen, in dem man einfach den grundlegenden, innewohnenden Geist erlebt. Manchmal bezeichnet als klares Licht oder Grundlichtheit. Man kann das erleben. Und ein Praktizierender, der sein Leben lang Meditation praktiziert hat, wenn man Meditation praktiziert, was passiert? Dann erlebt man die Klarheit in der Meditation. Wenn man Meditation praktiziert, entsteht Klarheit, Glückseligkeit und Abwesenheit von Gedanken. Das sind Meditationserfahrungen. Diese drei sind Zeichen dafür, wenn man Klarheit erfährt, ist das ein Zeichen dafür, dass Wut gestorben ist. Wenn man Glückseligkeit erlebt, ist das ein Zeichen, das verlangt gestorben ist. Wenn man Abwesenheit von Gedanken erlebt, heißt das, dass Ignoranz gestorben ist. Aber was wichtig ist, dass wenn man Glückseligkeit, Klarheit und Abwesenheit von Gedanken erfährt, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn diese Erfahrungen aus unseren gewöhnlichen Erfahrungen des gewöhnlichen Geistes entstehen, dann kommt gleichzeitig mit diesen Erfahrungen auch Anhaftung einher, also vorsichtig. Wenn man Glückseligkeit erfährt, dann sagt man, oh, Glückseligkeit, wenn man Klarheit erlebt, oh, Klarheit, oder Abwesenheit von Gedanken, dann entsteht Greifen. Und das führt wiederum dazu, wie es in den Lehren heißt, dass man in niedrigen Geburten wiedergeboren wird. Wenn es jedoch aus der meditativen Erfahrung entsteht, aus dem Zustand von Rigpa, auch in Rigpa, in der letztendlichen Natur des Geistes, erlebte man Glückseligkeit, Klarheit und Abwesenheit von Gedanken, doch das Erstaunliche ist, dass es kein Greifen gibt. Es gibt niemanden, der greift. Es gibt keinen Greifenden. Nach dieser Erfahrung. Man erfährt die Erfahrung, aber es gibt kein Greifen darin, keine Anhaftung. Im Zustand von Rigpa erlebt man vielleicht Glückseligkeit, Klarheit und Abwesenheit von Gedanken, aber es gibt keine Anhaftung. Gewöhnlicherweise, wenn man Glückseligkeit, Klarheit und Abwesenheit von Gedanken erlebt, gibt es Anhaftung. Das ist ein Zeichen dafür, ob es jetzt aus einem Zustand von Rigpa entsteht oder aus einem gewöhnlichen Zustand des Geistes. Also der Punkt ist, in der Meditation, wenn man Abwesenheit von Gedanken erlebt, wenn man Glückseligkeit erlebt, Klarheit und Abwesenheit von Gedanken, ist das ein Zeichen dafür, dass der denkende Egogeist gestorben ist in seiner Essenz. Das ist wie ein kleiner Tod. Im Moment des Todes ist es genau das, was passiert. Wenn man in dem Moment, wenn man im Leben sich durch Meditation darauf vorbereitet hat, diese Freiheit des Geistes zu erfahren, denn das Problem mit uns ist, wir kennen unseren gewöhnlichen Geist, aber wir kennen den Zustand der Transzendenz nicht. Weil wir den Zustand der Transzendenz nicht kennen, halten wir fest an diesem gewöhnlichen Geist und meinen, dass das alles ist, was wir haben. Darum will man es nicht loslassen, weil man das andere nicht kennt. Aber wenn man diesen Zustand der Transzendenz erfährt, dann kann man auch in der Meditation loslassen. Und man kann auch loslassen. Dann weiß man, dass Loslassen nicht verlieren heißt, sondern dass man etwas gewinnt. Es ist so, als würde man die Wolken verlieren und den Himmel gewinnen. Wenn man es also erlebt, dann wird Loslassen zur Freude. Das ist eine natürliche Sache dann. Das gibt einem Praktizierenden die Zuversicht loslassen zu können und zu erkennen, dass es etwas gibt, was nicht stirbt. Denn das Problem mit uns ist, wir meinen, dass wenn wir loslassen, dass wir verlieren. Aber das Leben zeigt uns das Gegenteil. Der große tibetische Heilige und Yogi, Milarepa, sagte, die Angst vor dem Tod trieb mich in die Einsamkeit der Berge. Wieder und wieder meditierte ich über die Ungewissheit der Todesstunde. Jetzt, da ich die Festung der unsterblichen, unendlichen Natur des Geistes erobert habe, ist es mit aller Angst vor dem Tod aus und vorbei. Das heißt, durch die Meditation über den Tod erkannte er etwas, das unsterblich ist. Geht man über den gewöhnlichen Geist hinaus, loslässt, erkennt man, dass es etwas Unendliches gibt. Etwas, das nicht berührt werden kann oder sich nicht verändern kann. Wie der Himmel, er ist nie berührt von den Wolken. Wenn diesen Zustand unsere grundlegende Natur des Geistes erlebt, dann gibt es einem Zuversicht. Das ist die Zuversicht eines großen Praktizierenden oder eines Meisters. Das ist es, was ein Meister einem vorstellt. In der Meditation stellt er dir auf geschickte Art und Weise durch das Training, zeigt er dir einen Einblick in die letztendliche Natur deines Geistes, eine Erfahrung der letztendlichen Natur deines Geistes. Und das Erstaunliche ist, wenn du einen Schimmer der letztendlichen Natur deines Geistes hast, ist das ein Schimmer von dir selbst. In dem Moment verstehst du. In diesem Moment liegt Verständnis. Ein grundlegendes Verständnis. In diesem Moment des Einblicks, des Schimmers, dann sieht man und versteht. Es ist wirklich schwierig zu sagen, was das wirklich ist, wie ein Meister es beschreibt, so als würdest du in ein Zimmer treten, du siehst alles, du siehst alles, oder anders ausgedrückt, du siehst alles für einen Moment, und das Licht für einen Moment angeschaltet hat. Du weißt, was es ist, aber du kannst es nicht genau ausdrücken. Manchmal, wenn man das letztendlich erfährt, dann weiß man, was es ist, aber man kann es nicht ausdrücken in Konzepten, wie es in der Prajna Paramita heißt, jenseits von Worten, jenseits von Gedanken, jenseits von Beschreibungen, Prajna Paramita, ungeboren, unaufhörlich, von himmelsgleicher Natur, doch es kann erkannt werden, durch die Weisheit unseres eigenen Rigpa, Ehrerweisung der Mutter aller Buddhas von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn man das erfährt, kann man zwar innewohnen, es erkennen, aber man kann keine Konzepte darüber verfassen. Diese Einführung in die Natur des Geistes ist, was der Meister einem gibt. Er gibt einem einen Schimmer der letztendlichen Natur. Und Meditation bedeutet auf dieser Ebene, bei dieser Erkenntnis zu verweilen. Das nennt man Meditation. Wenn man das in das Leben integriert, ist das Handlung, also Sicht, Meditation, Handlung. Zum Beispiel jetzt. Einfach still. Das ist ein Anfang. Einfach ganz still. Man erlebt das ganz still. Und in solchen Momenten haben wir die Möglichkeit, besser ausgedrückt, wir sind mehr in Kontakt mit uns selbst. Wir sind mehr bei Verstand. Wir sind mehr gewahr. Wir könnten sogar mitfühlender sein. Was wir tun müssen, ist, wir müssen das nicht nur erfahren, sondern wir müssen das in unseren Alltag bringen. Erst einmal, indem wir mehr und mehr praktizieren. Denn einfach nur eine Fahrung allein reicht nicht aus. Denn nach einer Weile werden die gewöhnlichen Gewohnheiten wieder zurückkehren. Ganz leicht. Wir müssen das also aufrechterhalten, soweit es nur geht. Und was in unser Wesen zu bringen, das zu integrieren, das dann anzuwenden. Und was erstaunlich ist, dass wenn man anfängt, das anzuwenden, ich erinnere mich, ich erzähle mal eine Geschichte dazu, als ich Student war in England, fuhr ich immer mit dem Bus. Und normalerweise sind die englischen Busfahrer, können manchmal ziemlich grob sein. Ich erinnere mich einmal, da hatte ich morgens praktiziert, der Busfahrer war wirklich sehr grob. Aber das Erstaunliche war, dass statt wütend zu werden und mich von ihm provozieren zu lassen und sehr emotional zu handeln und einfach nur an mich zu denken, also einfach zu reagieren, denn normalerweise sind wir, schützen wir uns selbst und gehen in die Defensive. Und stattdessen konnte ich etwas anderes sehen. Ich fing an, den anderen zu sehen. Man sieht das Leid, seinen Schmerz. Und ich erinnere mich, wenn ich einfach seine Wut akzeptierte oder seine Rüge und einfach still saß, dann fing ich eine Unterhaltung mit ihm an. Ich erkannte, dass er selbst sehr unglücklich war in seinem Leben. Wenn wir so sind, dann kann selbst jemand anders wüten wird, dann sieht man, dass der andere leidet. Und mit Mitgefühl fängt man dann an, diese Wut anzunehmen, aufzunehmen durch Mitgefühl und ihnen Liebe zu geben. Das ist eigentlich Tongnen. Was erstaunlich ist, wenn wir das praktizieren, dann haben wir genug Stärke, das zu tun. Wenn wir in unser Geist verwandelt sind und wir ein bisschen in Kontakt sind mit unserer eigenen grundlegenden Güte, dann gibt es diese Liebe, dieses Mitgefühl, diese Quelle dessen. Und man spürt das. Wenn man das dann anfängt zu integrieren, dann ist das erstaunlich. Dann nützt man nicht nur anderen, sondern man nützt auch sich selbst enorm. Jemand hat gefragt, wie geht man mit Furcht um und findet eine Richtung im Leben. Also das ist eine Art und Weise, Furcht zu überwinden. Wenn man mit sich selbst in Kontakt ist, dann ist alle Furcht beseitigt. Ich finde, die Praxis ist wirklich die Quelle der Zugluft. Oder was jetzt die Furcht angeht, vielleicht sage ich noch ein bisschen mehr dazu. Ich erinnere mich, als ich in meiner vielleicht könnte man sagen, in meiner Jugend erkennt, dass wenn die Dinge zusammenbrechen, wenn man schlechte Nachrichten hört, wenn man wirklich enttäuscht ist, was erstaunlich ist, dass in dem Moment, wenn man dann die Lehren erkennt, den Segen oder das Geschenk, denn selbst wenn die Dinge zusammenbrechen, ich habe immer gedacht, immer, selbst wenn alles zusammenbrach, es macht nichts. Denn ich kannte etwas. Es ist so ein bisschen, als wäre es draußen fürchterlich kalt, aber du hast ein schönes Zuhause, ganz gemütlich. Also selbst wenn die Dinge auseinanderbrechen, findest du etwas in dir, dass all das nicht so zählt, es ist einfach nur vorübergehend, dass es immer eine Lösung gibt. Wie seine Heiligkeit zu sagen pflegte, er hatte diese spezielle Haltung, sagte, wenn immer ich Schwierigkeiten begegne, dann betrachte ich sie immer von der positiven Seite. Man betrachtet selbst Schwierigkeiten auf verschiedene Art und Weise und findet immer einen positiven Weg. Man sieht, dass wenn die Dinge zusammenbrechen, dass man etwas findet in sich selbst, das nie aufgibt, das einen selbst nie aufgibt. Das ist eine innere Zuflucht. Das ist, was die Lehren einem geben. Selbst in der größten Verzweiflung oder Situationen gibt man nie auf. Es gibt einem nur umso mehr Mut. Also das ist jetzt zur Furcht. Wenn Furcht auftaucht, dann nimmt man sofort Zuflucht. Natürlich äußerlich, wenn man praktiziert, nimmt man Zuflucht zum Buddha oder Guru Rinpoche als Christ vielleicht zu Gott. Aber die innere Zuflucht ist die Erkenntnis dieser letztendlichen. Denn man erkennt letztendlich, wo ist der Buddha, nicht außerhalb von sich selbst, in der Natur des eigenen Geistes. Die eigene, letztendliche Natur des Geistes ist es, wo sich alle Buddhas befinden. Also dort überwindet man die Furcht. Wie geht man mit dem Tod eines geliebten Menschen um? Wenn man wirklich in Kontakt mit sich selbst ist, dann kann man die beste Hilfe anbieten. Denn oft, wenn man sich um einen Sterbenden kümmert, geht es nicht darum, was man sagt, sondern wie man ist. Wie man ist. Deine Präsenz. Deine Liebe. Und speziell, wenn man wirklich praktiziert, wirklich in Kontakt ist mit sich selbst. Oder man könnte sagen, mit dem Buddha in sich selbst in Kontakt ist. Dann ist die Liebe, die daraus entsteht, eine Liebe, die den Rückhalt aller Buddhas hat oder gesegnet ist von allen Buddhas. Denn eine Liebe, inspiriert aus der Natur des Geistes, ist umso krachvoller. Manchmal immer ich Sterbende besuche, und so wie ich sie besuche, rufe ich die Buddhas an und ihren Segen. Ich erzeuge das und sende das aus, dieses Mitgefühl der Buddhas. Ist das klar? Dann ist die eigene Liebe getränkt mit der Liebe aller Buddhas. Oder die Liebe Gottes, könnte man sagen. Und das wird dann äußerst krachvoll. Und solch eine Liebe kann die Furcht vertreiben, die Furcht von dem Unbekannten. und wirklich Sicherheit vermitteln. Es ist sehr wichtig, dass wenn man jemandem eine Zusicherung geben möchte, dann muss man selbst auch sicher sein. Dann gibt es eine Gewissheit. Man muss präsent sein. Ich habe zum Beispiel mit meinen Schülern festgestellt, wenn sie so Geschichten erleben, Emotionen, manchmal brauche ich nur ein Wort zu sagen. Ich erinnere mich an einen Schüler, eine Schülerin, wenn immer sie Schwierigkeiten erlebt, dann sage ich immer, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Und sie hört das wieder und wieder. Das hat ihr durch viele Schwierigkeiten geholfen. Wenn es irgendwie schwierig war, mach dir keine Sorgen. Das ist eine Präsenz. Das kann man dann geben. Und das kann dem anderen helfen, sich selbst zu helfen. Und wenn es jetzt darum geht, mit dem Tod eines geliebten Menschen umzugehen, das Wichtigste ist, nicht nur zu trauern, nicht einfach nur traurig zu fühlen, das reicht nicht aus. Aber das allein wird nicht helfen. Aber das Wichtigste ist, wann immer du den anderen vermisst, dann spüre die Liebe in dir selbst. Wenn du dann an den anderen denkst und diese Liebe spürst, dann rufe im Himmel vor dir die Verkörperung aller Buddhas und aller Meister an, in der Person oder im Abbild eines Buddha, mit dem du die stärkste Verbindung hast. Oder als christlicher Praktizierender kannst du auch Christus anrufen, aber Gott. Für einen buddhistischen Praktizierenden wäre es vielleicht Avalokiteshvara oder Shenrisi oder Amitabha oder Gorympuche oder deinen eigenen Meister. Du rufst sie an und dann bittest du ganz stark im Namen des sterbenden Menschen, bitte reinige sein oder ihr negatives Karma, was im christlichen Sinne wie eine Sünde wäre. und alle destruktiven Emotionen, die die Ursache von Leid sind. Bitte reinige es. Dann ruf sie sehr stark an und bete ganz stark und stell dir vor, wie aus dem Herzen der Buddhas, die auf deine Aufrichtigkeit deines Gebetes reagieren, dass sie lächeln und aus ihrem Herzen enormes Licht ausstrahlen, dass sie ihr Segen in Form von Licht schicken, sie schicken ihren Segen, ihre Liebe, ihr Mitgefühl, ihre Weisheit, ihre Kraft. Und wenn das den Sterbenden berührt, du kannst dir vorstellen, wie dieser Sterbende oder der Verstorben davon berührt wird und all sein negatives Karma und die destruktiven Emotionen gereinigt werden. Und am Ende stell dir vor, dass sich selbst der Körper des Sterben oder Verstorben in Licht auflöst. Gemäß vieler Meister, wie Dinko Känsel Rinpoche zusammenpflegte, ist sehr bedeutsam, weil dieser Körper mit unserem vergangenen Karma in Verbindung steht oder unserem vergangenen Leben. Dieser Körper ist ein Resultat vergangenen Karmas. Sich vorzustellen, dass der Körper sich in Licht auflöst, hat die glückverheißene Bedeutung, das vergangene Karma zu reinigen. Wenn man sich also vorstellt, der Körper löst sich in Licht auf, ist das so, als wäre ihr negatives Karma und ihre destruktiven Emotionen gereinigt. Sie sind also gereinigt. Als Zeichen dessen wird ihr Körper zu einem Körper von Licht. Und dann stellt ihr vor, dass ihr Körper aus Licht oder ihr Bewusstsein, jetzt in der Form aus Licht, zurückkehrt zu Buddha oder Christus oder Gott und eins wird mit ihm und dann dort ruht. Das ist die wichtigste Praxis. Das ist auch die Praxis des Poa. Das ist auch eine Praxis, die man für sich selbst tun kann. Wenn man stirbt, ist es sehr wichtig und ganz einfach. Das Wichtigste, was man tun sollte, ist Anhaftung und Abneigung loszulassen. Herz und Geist reinzuhalten, den eigenen Geist mit dem Weisheitsgeist der Buddhas zu vereinen und in der Natur des Geistes zu ruhen. Wie Buran Butsche Padmasambhava sagte, sehr tiefgründig, jetzt, da der Moment des Todes vor mir aufdämmert, werde ich alles greifen, Sehnen und Anhaftung aufgeben, unabgelenkt in das klare Gewahrsein der Lehren eintreten und mein Bewusstsein in den Raum des ungeborenen Rikpa ausschleudern. Da ich diesen zusammengesetzten Körper von Fleisch und Blut verlasse, werde ich ihn als vorübergehende Illusion und Erkennen. Anders ausgedrückt, im Moment des Todes das Los von Anhaftung und Abneigung. Zum Beispiel in den Lehren durch die Erkenntnis von Vergänglichkeit, und solche Praktiken von Reflexion über Vergänglichkeit sollten dazu führen, dass man Anhaftung und Abneigung loslässt. Und wenn man einem Sterbenden hilft, die emotionelle und die Fürsorge, die man einem Sterbenden gibt, kann dem anderen helfen, Anhaftung und Abneigung loszulassen. Und gib ihm einfach deine reine Liebe. Das Nächste heißt, unabgelenkt in das klare Gewahrsein der Lehren einzutreten. Gewöhnlicherweise heißt das, Herz und Geist reinzuhalten. Das heißt, für einen großen Praktizierenden, wenn sie sterben, treten sie in die letztendliche Natur des Geistes ein, in den Zustand des klaren Lichtes. Doch jemand, der nicht so fortgeschritten ist, dann versucht man, sich an die wichtigsten Belehrungen zu erinnern, die einem der Meister gegeben hat. Wir erzählen die Belehrungen über den Moment des Todes. Den essentiellen Rat hält man im eigenen Herz und Geist und tritt ein in das Gewahrsein dessen. Das ist jetzt mit der zweiten Zeile gemeint. Das dritte ist, ich werde ein Bewusstsein in den Raum ungeborenen Geistes ausschleuen. Das ist dasselbe wie das Verein des Geistes mit dem Weisheitsgeist der Buddhas, das Poa, was ich gerade eben vorgestellt habe. Von den Buddhas strömt enormes Licht aus, Segen, es berührt dich oder den Sterben oder Verstorbenen, reinigt dein negatives Karma oder das negative Karma des Verstorbenen oder Sterbenden und auch ihre destruktiven Emotionen und am Ende ist dein ganzes Wesen oder das Wesen des Sterbenden oder Verstorbenen vollständig gereinigt, auch dein ganzes vergangenes Karma ist gereinigt. Du stellst dir vor, dass dein Körper jetzt zu einer Form aus Licht wird, dein Bewusstsein in der Form von Licht wird eins mit dem Buddha oder das Bewusstsein des Sterbenden in Form von Licht wird eins mit dem Buddha. Das ist gemeint mit mein Bewusstsein in den Raum ungeborenen Geistes auszuschleudern oder den Geist mit dem Meistersgeist des Buddhas zu vereinen. Dann Ruhe in der Natur des Geistes, Ruhe in dieser letztendlichen Natur. Einfach das. Das ist auch die wichtigste Praxis im Leben. In der tibetischen Tradition ist die wichtigste Praxis das sogenannte Guru-Yoga. Manchmal missverstehen das die Menschen. Ich glaube, zu Anfang gab es sehr viel Missverständnis über das Wort Guru-Yoga, als wäre Guru-Yoga eine Art Kult oder eine Anbietung. Das ist nicht so. Also das Wort Guru, Guru-Yoga, also damit hat man ein Problem. Aber was Guru-Yoga bedeutet ist, wenn man den eigenen Geist mit dem Weisheitsgeist aller Buddhas vereint. Das nennt man Guru-Yoga. Also vielleicht sollte man das Wort Guru-Yoga vergessen. Dann gibt es auch kein Problem. Wenn man zum Beispiel im Raum vor sich die Verkörperung aller Buddhas anruft in der Person des eigenen Lehrers, wenn man einen Lehrer hat. Warum? Wenn man wirklich einen Lehrer hat, ist der Lehrer derjenige, der kommuniziert, der einem die letztendliche Natur zeigt. Für mich zum Beispiel ist mein Meister Jermink-Yenze, Dijerovichy, Dingek-Yenze, Sie sind eins mit der letztendlichen Natur des Geistes. Wenn immer ich an Sie denke, rufen Sie in mir das Verständnis der letztendlichen Natur hervor. Einfach nur an Sie zu denken, ist Meditation. Weil Sie dies verkörpern. Meine Beziehung zu Ihnen ist, obwohl Sie natürlich wunderbare Menschen sind, meine Beziehung zu Ihnen ist, auf einer spirituellen Ebene, dass einfach nur an Sie zu denken, dies schon anruft. Wenn ich also an meine Meister denke, sind Sie die Verkörperung der Erleuchtung. Und diese Verkörperung der Erleuchtung rufen einen Himmel vor sich an, durchtränkt mit dem Segen aller Buddhas. Und dann empfängt man den Segen. Man ruft den Segen an, durch ein von Herzen kommendes Gebet und empfängt den Segen und die Ermächtigung. Und reinigt alles negative Karma und destruktiven Emotionen. Und am Ende dessen heißt es manchmal, der Lama löst sich auf in Licht, der Buddha oder Meister löst sich auf in Licht und wird eins mit einem. Das heißt, erkenne die letztendliche Natur des Geistes als den Buddha, als den Lama. Wenn der Lama sich auflöst in Licht und eins wird mit einem, erkennt man, dass die letztendliche Natur des Geistes, der Zustand des Rigpa, tatsächlich der Lama ist. Das erkennt man. Wie Dujam Rinpoche in seinem berühmten Gebet sagt, da reines Gewahrsein, das jetzt der wahre Buddha ist, finde ich in Offenheit und Zufriedenheit den Lama oder Lehrer in meinem Herzen. In der Erkenntnis, dass der unendliche, natürliche Geist die wahre Natur aller Buddhas ist, ist kein Bedarf für greifende, jammernde oder künstliche Gebete. Durch einfaches Entspannen in diesem ungekünstelten, offenen und natürlichen Zustand erlange ich den Segen absichtsloser Selbstbefreiung, was immer auch entsteht. Buddhaschaft wird nicht erlangt durch künstlich erzeugte Dharmas. Meditation vom Geist gemacht, vom Intellekt erzeugt, ist der trügerische Feind. Man erkennt dies. Das ist auch die wichtigste Praxis im Leben, wenn immer man praktiziert. Zum Beispiel im Dzogchen, im Mahamudra, rufen wir die Meister an. Das heißt, die Verkaufung aller Buddhas und empfängt den Segen. Was erstaunlich ist, wenn man das tut, verwandelt es den Geist. Es ist eine Art und Weise, den Geist zu überwinden, den Geist zu verwandeln. Wenn der Geist verwandelt ist durch den Segen, dann erreicht man natürlich in diesem Zustand der Hingabe, erreicht man natürlich den Zustand der Meditation. Und dann, in a sense, you see, just simply then, und dann, in a sense, und dann, in a sense, verbleibt man bei der Erkenntnis der Natur des Geistes. Und einfach das. Nach der Praxis des Guru-Yoga löst sich der Lama in Licht auf und wird eins mit einem. Also erst ruft man den Meister an, alle Buddhas, man ruft sie an, empfängt den Segen und am Ende dessen löst sich der Lama oder die Buddhas alle auf und wird eins mit einem oder man selbst löst sich in sie auf. Das ist dasselbe. Und in dieser Vereinigung verweilt man im Zustand des nicht-konzeptuellen Zustands des Geistes oder im Zustand von Shunyata, im Zustand von Ripa, was immer es sein mag, man verweilt darin, ganz still, in dieser Meditation. Und an diesem Punkt macht man Sokschan-Meditation. Wir haben also ziemlich viel abgedeckt heute. Und zum Beispiel, wenn man über Om Mani Pemihungi spricht, im tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben, am Ende des Buches gibt es einige Anhänge und einer, ich glaube, Anhang 4 erklärt die Bedeutung von Om Mani Pemihung und Om Mani Pemihung. Om Mani Pemihung die zwei kraftvollsten Mantras. Und wie es in Tibet heißt, das heißt, Tibets karmischer Buddha oder Gottheit ist Avalli Kiteshvara Shenresi und Tibets karmischer Lama oder Lehrer ist Gurungbutschi. Es gibt also diese beiden Mantren. Und Om Mani Pemihung heißt ganz einfach, Om Mani Pemihung repräsentiert den Keim all unserer negativen Emotionen. Stolz, Eifersucht, Verlangen oder Leidenschaft, Ignoranz, Geiz und Gier, Wut. Durch das Mitgefühl der Buddhas, das repräsentiert wird durch Ri, wird es gereinigt. Wir werden also in Samsara in all diesen Geburten wiedergeboren aufgrund dieser negativen Emotionen. Sie erzeugen Samsara. All diese negativen Emotionen, die im Herz und Geist der Wesen sich befinden, mögen sie gereinigt werden durch das Mitgefühl der Buddhas, speziell durch Buddha Avalli Kiteshvara, der das Mitgefühl aller Buddhas verkörpert. Als seine Heiligkeit zum ersten Mal nach Berkeley kam, 1979, war er im Evam-Chudin-Zentrum. Und ich erinnere mich, wie er dort eine Belehrung über Avalli Kiteshvara gab. Und ich werde das nie vergessen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erklärte, er sagte, Avalli Kiteshvara, auf Sanskrit, auf Tibetisch, Shenresi, er sagte, eine Art und Weise, Avalli Kiteshvara oder Shenresi zu verstehen, ist, dass er das Mitgefühl in allen Buddhas ist. Also es gibt zwei Arten, das zu betrachten. Das eine ist, Avalli Kiteshvara ist der große Buddha des Mitgefühls oder der Bodhisattva des Mitgefühls, aber gleichzeitig ist er auch eine Metapher oder ist die Verkörperung. Man kann auch sagen, Avalli Kiteshvara ist das Mitgefühl in allen Buddhas. Ich fand das sehr hilfreich. Wenn man über Avalli Kiteshvara spricht, ist er nicht nur ein Bodhisattva oder Buddha, sondern auch das Mitgefühl aller Buddhas wird repräsentiert durch Avalli Kiteshvara. Wir rufen also das Mitgefühl, das krachtvolle Mitgefühl aller Buddhas an, sodass dadurch alle negativen Emotionen verbandelt werden oder gereinigt werden. Also Om steht für Stolz, Ma für Eifersucht, Ni ist Verlangen, Be ist, glaube ich, Gier, Ni ist, glaube ich, Ignoranz und Hung ist Wut. Und Hri ist das Mitgefühl, das reinigt. Also wenn man zum Beispiel an ein Sterben denkt, und findet auch im tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben in Kapitel 19, wie man Sterbenden hilft. Es werden dort spezifische Praktiken vorgestellt und gezeigt. Zum Beispiel stelle ich vor, wie man in der Praxis durch Omanepehom das Mitgefühl aller Buddhas aussendet, um den Sterbenden oder den Verstorbenen von allen negativen Emotionen zu befreien. Tatsächlich, wenn die Lamas oder die Mönche, die Lamas und die Sangha für Verstorbene praktizieren, ist das Wichtigste, egal ob es jetzt in der Sakyapa-Tradition, der Nyingma-Kagio- oder Gelok-Tradition ist, in Sakyasus-Konri, in Nyingma-Veres-Kitro-Praxis, was immer man für eine Praxis auch tut, das Wichtigste ist, das Reinigen aller negativen Emotionen, der sechs negativen Emotionen. Und diese Essenz ist verkörpert in Omanepehom. Man kann sich vorstellen, wenn man Omanepehom sagt, dass Licht ausgesandt wird von den Buddhas, um alle negativen Emotionen zu reinigen, die die Ursache von Leid sind und dass sie befreit werden. Wenn man also Omanepehom sagt, denke daran, praktiziere diese Visualisation oder diese Meditation, die ich vorgestellt habe. Vielen Dank.